so willkommen zu einer neuen folge von let's play together battlefield 4 multiplayer online und sonst fürn scheiß mit dabei die hatice und zavott tri dann noch dabei christian johnny mark sebastian und vielleicht auch okay ich bin auch rausgeflogen also ich bin mein tiernquad aber ich kann mal nix ich kann mal ein kibiswitschwort hey wir fliegen fahren mit so einem ding oder was aber so was die panzer das auto hier das auto da vorne oh was machst du was ist noch drauf wer will mitfahren ja komm ab geht er da himmelstor hinterher hat einen panzer warte mal ist das ein panzer der hinter uns steht oder diese artillerie artillerie er muss doch ein panzer die muss hinterher fahren hatice willst mitfahren ja dann sag doch dass du mit willst komm jetzt mal den heli oh ich hab ihn jetzt gibt es hier stauter seiner hat runtergesprungen sollen wir uns ihn holen achtung so wie zu guter alten zeit fahr ich jetzt hier mal hier hinter dir was wasser dann da sagt mir was er das ein panzer scheinbar hatice wir stehen vor dir ja ja ich hätte der panzer ist das ein panzer ja ok flackpanzer flackpanzer an den können wir killen oder die kann man nicht gehen so meine ich hin da steht ein panzer auf der rechten seite rechts von uns diesen wagen also kann man nicht in den panzer auch kaputt gemacht jawohl wer immer damit wir zusammen geschossen hat wenn die drin moment muss wieder rein ich bin drin hey ich kann jetzt schießen höh du bist vor mir eingetriegt ja ich bin stark weggegangen platz weggangen das ist noch ein panzer wo da und du fahr weg das war du denn ich kann nicht schießen schieß doch mal das ist der flackpanzer dann boah der schützt vor mir direkt raus boah krass ey zu früh raus hier wacht du der panzer kommt von hinten glaub ich Hilfe weißt dass die Fachstrasse ist ein Jeep der will dich messern Alter ich hab grad das dir repariert du wichser der braucht dich messern ich hab ihn nämlich danke bitte ich hab grad jemand umgebracht wo gab ich denn wo gab ich denn mit boah alter hier kannst du irgendwas alter hier fliegen die bäume das ist gar nicht was denn spiel ich noch Sims hier ey Tim warte mal du bist direkt vor mir boah der nächste Baum ey Tim helft mal hier mit da diesen Panzer zu bearbeiten ich bin am schießen ich bin am rautschießen hab ihn getroffen hab ihn kaputt gemacht super Christian und jetzt Achtung neben uns kommt der nächste Panzer fuck den schaff ich nicht den schaff ich nicht wo bist du da bist du warte ich komm hab noch vier Schuss wo ist er da kommt die Artillerie da kommt die Artillerie krass alter die kriegen wir ich zerbrenn sie das ist doch unser hier sind ja so viele geile action wer ist da oben ein patzer himmelstor da gehe ich noch mal hin du musst hier patzer fahren mit den guten wir müssen aufpassen wie in der Artillerie ne die kann uns genau sehen nö der hat mich kaputt gemacht du musst dich immer bewegen da vorne ist die Artillerie 5 zu 0 man da vorne ist die Artillerie siehst du das Ding jawoll man geradeaus wo seid ihr in Patzer fahr mal geradeaus wir gehen so ein bisschen in das Gebiet rein wir brauchen ein paar P-Bots scheinbar irgendwas warte leid zurück fahr zurück fahr zurück ich bin tot du hast ein überall sniper man zurück man du sollt du fährst du fährst vor ich fahr mit dir nicht mehr mit ich sag zurück und du fährst vor das wird doch von einem anderen umbringen hier du Penner tschö aber den typchen mit dem Raketenwerfer hast du nicht gesehen oder? deshalb hab ich doch gesagt geh weg ich hab doch gesehen hab ich voller Richter hat nicht mehr viel bei mir ist ganz viel los irgendwie gerade jaja pass auf rechts 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 links von dir links von dir links links und rechts was soll ich denn machen oh Tim ich bin tot diesmal war ich es nicht schuld stop spawn bei mir spawn bei mir ich brauche Hilfe ok Christian ist vorn ok warte warte ich bin da da ist auch ne Panzer bei dir ja wir Beute sind hier hinter uns hinter uns Dr. Burger ja im Gegente sind unten viele wo wo ja da steht der mit Mörder scheiße ja aber ich kann oh ich kann ein paar Karabiner nehmen glaube ich jetzt endlich Ragn ich komm wieder zu dir wir machen wieder Panzer Action das hat grad schon so gut funktioniert ja ich brauche Repair also ja ich bin doch Repair du Penner ja ich auch aber ich hab den Heli am Sack ja vielleicht hätte ich ja aussteigen sollen anstatt zu reden ja aufsteigen wir sind tot wir sind tot man Sebastian kommt immer ne Sekunde zu spät scheiße wo bin ich denn reingegangen wir sind ja wieder im russischen Lager wo seid ihr oh oh wir sind ganz wir haben so viel verloren dass wir ganz hinten joinen müssen ja ja wir müssen mal einiges einnehmen B am besten zuerst ja wir müssen zu A gehen und dann zu B wir verlieren grad A oder? kann das sein? ja 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 müssen wir schnell mal hin ich hab ihn umgebracht der da bei A war ja da sind Kauster oder Menschen hier ist noch was unter A ja zwei und dann grad dran scheiße Leute hier sind ganz viele bei A ich bin bei A unten dran kommt schnell die joint immer wieder scheiße man waren das viele bei A bei A unten drunter die sind immer wieder neu gejoint ach scheiße boah zwei Stück hab einen erwischt ich spaw nie wieder bei jemandem der gerade bei dem Warnung steht nie wieder ah man die sind immer noch hier unten oder? nein das weiß man nicht der kommt doch irgendwas von hinten seid ihr alle bei A? ja die kommt hier glaub ich wo bist du denn? wo bist du denn? nicht Panzer nicht über mich drüber fahren bei A kommt bei A sind zwei mit dem Fallschirm runter ja wir müssen runter zu A wir sind doch bei A Tim warum schreibst du denn auf einmal ab? weil ja jemand hier runter gesprungen ist man da ist ein Panzer da ist ein Panzer ne ist unser Panzer da ist ein feindlicher Panzerjäger nördlich von dir einsatz für Bravo ist voll also hat sie hier was bei A? ja unten drunter ja unten drunter schon wieder unten drunter jetzt nicht mehr müssen wir mal B gehen A ist noch einer einer ist noch einer ist noch ich würde mal sagen kräftig Granaten reinschmeißen da unten jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr ich seh nichts A ist safe A ist safe Tim wo bist du denn? hier oben auf der A ist nicht safe da fahrt fährt grad jemand rein alter was hier abgeht tot? ich bin tot so schlecht war das gerade die sind drin bei A nein ich hab ihn doch grad umgebracht nein der eine ist noch drin ernsthaft? ja ich bin wieder unterwegs hier unglaublich woher bist du denn rum? bei F bist du? wir haben einen das T-Selfein localisiert wo ist denn hier jemand? ok hier ist doch niemand hä? ich hab ihn doch gekippt hab ich doch gesagt da ist so ein kleiner Panzer bei mir war jetzt kommt ein Panzer hier hoch A ist bei A ich glaub es ist ein Buggy oder wie ist das andere etwas? what? von hinten schießt einer bei A da ist einer neben der Flage bei A ist noch einer ich glaub sogar zwei sind da wenn ich mich nicht irre auf einen hab ich getriegt einen hab ich getriegt mit der anderen mit der Shotgun da rum mit der Shotgun da rum maaaain überhaupt nicht mit der Shotgun scheiße das sind zwei Stück gewesen da so haben wir A verloren ja weil euch immer alle distanziert von den richtigen Zielen ja ja müssen wir irgendwo mal richtig müssen zu A die werden hier absolut ablösen da rechts ist jemand ich hab Sichtkontakt zu nem feundlichen Panzerwagen wesentlich deiner aktuellen Stellung ja schön dass die alle aussteigen da sind ein paar drin da sind einige drin ne da ist da ist kann mal jemand hier wegfahren das Ding von wem würdest du nicht kommen Penner du machst mich nicht nur einmal kaputt das ist feindlicher Scharfschütze wendlich von dir wir haben ihn übernommen ok A hagen wir wieder hagen wir wieder dann gehts weiter komm weiter zum nächsten oder oder was machen wir hier ist noch jemand bei A hier ist noch jemand Daniel halt doch mal die Fresse von wem würdest du nicht von wem würdest von wem würdest du nicht schmatz woanders Tim ich frag dich vom B ich höre nichts gerade Haufer zieht schon weiter weil A hat irgendein unten war das oder war das nach oben der Typ ne da war keiner unten ist keiner mehr da steht ein Panzer Volltreffer Fahrzeug zerstört da geht einfach einer rum da geht einfach einer rum wo war ich denn hier rum geil dann einfach so zwei Sniper ich hab nen Wagen wollt ihr mitfahren? jaa wo bist'n du denn? wo bist'n du denn? bin hier bei Schiffreit kann mal jemand den Daniel rauswerfen hier was ist denn da? der nervt gerade ok Shepard wo sind sie? woa links von dir links von dir links von dir woa sag doch was Shepard hab ich ja auch nicht gesehen achso ich dachte deswegen hast du dich geduckt ne ne ich hab den Sniper hinten auf dem Gebäude gesehen achso wo sollen wir hin? den Panzerwagen nicht zu B da ist Alter was? fahr mal los kann ich bei euch einsteigen doch doch kannst du noch hinter uns ist ein Panzer ist ein wir haben's durchgefahren ja der fahrt zu A ich joint schnell bei A komm mit wir fahr zu A Achtung hier trifft uns stopp boah du bist voll getroffen von hinten ja was denn jetzt stopp oder fahren fahr weiter ich geh immer wieder mit dem Panzer bei A sind zwei noch und ein Jeep ah zympanzer Jeep übrigens Alter was macht denn der Heavy hier? wo ist der Jeep? voll die Bruchlandung bei A steht er direkt um die Ecke vom Hopp scheiße man bist du noch hier drin? ich bin tot aber bei A sind Leute von wem wurdest du denn gekillt? ich hab den Namen mir nicht gemerkt gerade A hört gerade wieder ein das sieht aus das gibt's nicht wir sind da zu 5 drin hocken andere Seite die kommen wieder zu A von hinten mal blockier uns hier ruhig die laufen wieder frontal von A die laufen wieder frontal von A die laufen wieder frontal von A frontal zu A boah ey ey das gibt's doch nicht ein Schuss der kill mich wir bleiben jetzt nur noch bei A ich geh jetzt gar nicht mehr hier weg momentan bringt das gar nichts ey ein Schuss ein Heli ist hier oben unten ist scheinbar alles gut wie kommen die? also mal ganz ehrlich die sind jetzt mehrfach von da hinten gekommen die müssen da irgendwo joinen können die können doch nicht einfach uns vorbeifahren und dass wir es nicht bekommen sieh ihr hier irgendwas? das gibt's nicht ich find euch nicht Vielen Dank.